Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. In der heutigen Folge schauen wir uns Halbierungen im 2020 an, was neben Bitcoin noch ansteht. Wir schauen uns eine KPMG-Studie zu institutionellen Investoren an. Dann schauen wir uns kurz die Türkei an und welche Bank da mit Binance zusammenarbeitet. Und dann noch ganz kurz die Bitcoin-Hashrate auf einem Allzeithoch und was das bedeutet. Ich springe mir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es um Halbierungen im 2020. Eine Halbierung bedeutet, dass die Block Rewards, also die Einnahmen, die die Schürfer generieren, halbiert werden. Das heisst, wenn man eine Schürf-Operation hat und da irgendwie 12,5 Bitcoin pro gelöste mathematische Aufgabe bekommt, wird jetzt neu per Mai 2020 zum Beispiel bei Bitcoin der Reward, also der Ertrag nur noch 6,25 Bitcoin. Jetzt ist Bitcoin nicht die einzige Coin, da gibt es noch einige mehr, die da zur Geltung kommen. Aber ich finde da die wichtigsten sind definitiv Bitcoin. Bitcoin, wie gesagt, im Mai 2020 Bitcoin Cash, Bitcoin SV kommen da auch mit April und Mai jeweils. Auch da von 12,5 auf 6,25. Zero kenne ich persönlich jetzt nicht, aber was ich noch wichtig finde, ist Zcoin und Zcash. Bei Zcoin und Zcash ist es jeweils im September 2020 und im Oktober 2020. Und bei Zcoin wird die Belohnung von 25 auf 12,5 reduziert im September und bei Zcash von 12,5 auf 6,25. Das heisst, eventuell sind das noch spannende Coins, um die Coins anzuschauen. Ganz einfach, weil auch dort natürlich eine gewisse Preiserwartung dann mit dieser Halbierung kommen wird. Jetzt weiss ich, dass man bei Zcoin, ich glaube, da einen Masternode machen kann. Eventuell ist das auch noch spannend für sogenanntes passives Einkommen. Das heisst, man kauft eine gewisse Anzahl Zcoins für einen gewissen Betrag. Das ist meistens irgendwie mindestens 5.000 bis 10.000 Euro und kann dann einen sogenannten Masternode laufen lassen und kriegt dann Geld dafür. Das heisst, man ist eigentlich ein Hauptknoten, bei welchem auch Transaktionen durchgeführt werden bzw. Berechnungen gemacht werden. Falls euch das also interessiert, unbedingt Zcoin noch anschauen, idealerweise vor September, weil die Chance eben für einen Preisanstieg dann eventuell höher ist. Als nächstes schauen wir uns KPMGA bzw. eine Studie der Unternehmensberatung und die sagt, dass institutionelle Investoren zwar ein Interesse immer mehr haben an Bitcoin und Ethereum, das Problem aber nach wie vor ist, dass seit 2017 9,8 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden. Das wissen wir natürlich, wir bekommen ja immer wieder die Hacks mit, links und rechts und dann irgendwie andere Probleme, bei welchen Gelder gestohlen werden. Und das wird natürlich institutionelle Investoren davon abhalten, großflächig zu investieren. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ganz einfach, Kryptoverwahrungsdienstleistungen, die groß sind und auch immer größer werden und vor allem auch sicherer werden, braucht die Industrie. Das heisst, wir sprechen hier von traditionellen Playern wie Fidelity oder Intercontinental Exchange, aber natürlich auch von den Neuen am Markt wie Coinbase und Gemini. Für die Firmen ist jetzt ein extrem spannender Part, ganz einfach, weil dieser Marktplayer, ich sage mal, den Standard von Kryptoverwahrdienstleistungen im Markt setzen. Jetzt gibt es natürlich da sicher auch ein Extrem, also die, die nicht so publik sind, aber extrem sicher sind, aber auch die werden von den institutionellen Investoren wahrscheinlich nicht bevorzugt, weil man sie einfach nicht kennt. Das heisst, als institutioneller Investor bin ich natürlich daran interessiert, dass mein Geld, also mein Kryptos ähnlich gut oder genauso gut geschützt sind wie Bargeld, Aktien, Anleihen etc. Das heisst, ich möchte, dass meine Bitcoin und Ethereum in einem Safe oder eben auf einer Wallet in einem Safe etc. geschützt werden. Ich weiss, dass zum Beispiel Gemini ein sehr interessantes Schützmechanismus hat, in welchem sie das Ganze auf ein Wallet hauen und dann das Wallet wie splitten bzw. den Code zum Wallet an unterschiedlichen Orten speichern, sodass selbst wenn ein Ort überfallen wird und ausgeraubt wird, sagen wir mal, dass man dann noch nicht kompletten Zugriff auf die Kryptos hat. Ich glaube, wer hier auch ein Startup oder eben eine Firma gründen möchte und ultra auf Sicherheit gehen möchte, hat da natürlich gute Chancen, jetzt vielleicht nicht gerade mit institutionellen Investoren, weil es, wie gesagt, eine gewisse Zeit braucht, dass man sich einen Brand, eine Marke aufgebaut hat, aber ich denke, da braucht es definitiv noch Innovation und vor allem Sicherheit. Als nächstes sprechen wir über die Türkei, eine Grossbank in der Türkei, die Akbank, hat mit Binance eine Partnerschaft angekündigt und wird jetzt neu eine Art Fiat Entry für die türkische Lira bzw. für Binance sein. Das heißt, die Leute, die registriert sind bei der Akbank, ein Konto haben, können neu auf Binance relativ günstig und schnell Gelder übertragen und entsprechend Kryptos von Binance kaufen. Das ist eine ziemlich große Sache. Das ist, wie gesagt, wenn hierzulande vielleicht die UBS oder die Credit Suisse oder irgendwie die Deutsche Bank so etwas mit Binance eine Partnerschaft angehen würde. Von daher wirklich große News und ich denke, das wird noch weiter verstärkt. Die Türkei ist in einer interessanten Lage, weil die türkische Lira natürlich konstant an Wert verliert und die Leute aber sich nach Fremdwährung vor allem sehnen und vor allem nach einer sicheren Währung sehnen. Das bedeutet aber nicht, dass Kryptos natürlich sofort den Durchbruch haben werden. Es wird wahrscheinlich ein ähnliches Modell, wie wir letzte Woche angeschaut haben in Lateinamerika, bei welchen gewisse Länder, die inflationsgeplagt sind, eben den Ausweg in Kryptos suchen. Von daher glaube ich, es wird noch weitere Partnerschaften in der Türkei geben und Binance hat da natürlich auch ein extremes Interesse da, starken Fuss zu fassen und die Nummer 1 in der Türkei zu werden. Und als letzte News-Story schauen wir uns die Bitcoin-Hashrate an. Die ist nämlich auf einem Allzeithoch. Die sehen wir hier, beziehungsweise wenn ich hier genau den Link schnell eröffne, dann sehen wir hier für die Podcast-Hörer, die Hashrate ist auf einem Allzeithoch. Die Hashrate, das ist die Anzahl quasi der Anzahl der Hashes, die berechnet wird pro Sekunde, die im Bitcoin-Netzwerk performt wird. Das heisst, je höher, umso besser, weil dann eben entsprechend die Rechnungen gelöst werden und effektiv eine Performance, eine Leistung erbracht wird und damit eben die mathematischen Aufgaben gelöst werden und dann eben Bitcoin generiert werden. Das heisst, wenn wir jetzt vergleichen, wenn wir hier die All-Time-Charts ein bisschen anschauen, dann sehen wir hier im 17, war da zum Beispiel vor allem im Dezember 17, können wir hier schauen, war schon relativ hoch, ist dann natürlich weiter gestiegen und dann wirklich hat er einen Höhepunkt etwa im 18, im Oktober 18 und ist dann wieder gesunken. Mittlerweile steigen wir wieder langsam, das heisst, wir hatten im September 19 wieder einen Höhepunkt, dann ist es wieder gesunken und jetzt scheint es eben so, als würden wir wieder Richtung Höhepunkt gehen. Das heisst, die Hashrate kann irgendwie einen Indikator auf den Preis geben, ist aber natürlich nicht so eindeutig, weil der Preis hier natürlich noch ganz anders weitig entsprechend sich bewegt hat. Aber es zeigt einfach die Gesundheit des Bitcoin-Netzwerks, das heisst für die Leute, die immer noch Zweifel an Bitcoin haben, dieses Netzwerk funktioniert und es ist eben wichtig, dass diese Hashrate oben bleibt und entsprechend performant. Das war es von der heutigen Folge, gebt mir wieder mal einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert nach dem Podcast, wir sehen uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.